Moin Leute! Willkommen zu einem Blitz-Test oder sowas. Auf jeden Fall, wie ihr seht, bin ich Kalista. Hab mir früher Tech Speed gekauft. Okay, aus der Blutdörster. Gekauft und mein Freund, der mich glaub mag... Tag! Der hat sich nur Warmox gekauft. Unser behindertes Kind schwinkert hier voll. Egal, wir wollen machen, dass ich ihn mit fast 8400 Live one shotte mit einer E. Und vielleicht bringen wir es auch dazu, dass LOL abstürzt. Mal gucken, wir starten mal. Mach mal Schild ab und zu. Ja, okay. Mach. Mach's mir gar kein Damage. Es geht ja auch nicht um den Damage, Jens. Es geht um die Spiele. Oh, fuck, meine Minions. Deine Minions. Ja, ist okay. Ah, fuck. Hab, er ist 62. Okay, jetzt hab ich 70. Sind die Spielen nicht bisschen schwer? Nee, ich bin sie ja. Ich kann das carry. Nein. Naja, also es sind schon viele in deinem Körper. Es sind sehr viele. Also jetzt 120. Nein, also ich will schon ein paar mehr. Ja. Weil, ähm, wenn die Minions kurz vorn beenden sind. So. Ja. Weil ich will ja, ich will ja Leute zum Abzug bringen. Ah, ja. Ah, scheiße, das schaff ich nicht, die Minions pushen zu hart. Ah, ja. Nein. Hä, das sind doch der Next-Tor, bis meine Minions born. Next. Okay, die Rache ist schon zu vermitteln. Ich muss mal gucken. Ich mach's einfach bei... Ich mach's einfach bei... Ich mach's einfach bei 300. Ich mach's einfach bei... Ich mach's einfach bei 300. Ja. Oh Gott, tut das nicht weh? Nee, nee, das halte ich auch. Das... Das hat gar kein Damage. 250? Ja, echt ist das so weit. Mehr geht nicht. 254 ist das Maximum. Ja. Sicher. Okay. 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 Drei, zwei, eins. Oh! Oh Gott. Oh Gott. Nochmal, okay. Da! Nein! Nein! Wieso? Nein! Wieso? Nein! Nein, da ist ja noch ein Turm! Ja! Nein! Nein! Ich krieg dich noch! Du wird verlust da. Nein! Oh, die sind ja überall dran. Okay, das war ein... Let's show, sag ich mal. Und ja, das war's mal von mir. Haut rein!